Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es Euch gefällt. Oberaudorf im Inntal, Februar 2019 Das Schloss in Aschau Der Talbahnhof der meterspurigen Wendelstein-Zahnradbahn Die Strecke ist 7,6 Kilometer lang und überwindet eine Höhe von 1217 Meter, erbaut 1912. Da kommt die Talwärtsfahrende Bahn. Welche Bahn es ist? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der Bergbahnhof liegt im Berg auf 1723 Meter Meereshöhe. Der Gipfel des Wendelstein liegt 115 Meter höher. Die Talfahrt Der Gipfel des WDR Der Gipfel des WDR Fasching in Plinzbach bei Brandenburg Hier geht es um die geplante Zulaufstrecke der Deutschen Bahn durchs Inntal zum neuen Brenner Basistunnel. Milliarden verbohrt er am Brennershow und jetzt kommt unser Schäns in Taltrow. Führt Strecken Minga Verona scheißens auf die Inntalverwohner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017